Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Bei Outlast Whistleblower Danke Whistleblower Jetzt so kleine Gesang ist allein von mir Du musst spielen, du musst spielen, du musst spielen, 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 du musst spielen, spielen, spielen Und Fetty kommt sofort Jetzt warte ich ja gespielt wieder Komischerweise, wie ich es mir schon gedacht habe Ich nur die Arschkarte Genau und ich nicht, ich nicht, ich nicht Okay, ich kass die Arschkarte, ich kass... Ich kass die Arschkarte Was? Was? Was ist hier? Warte mal, ich muss... Ich krieg Fetty und Peter, du kriegst den Lowrider Bitteschön Ja, besser kanns gar nicht mehr werden Drüben ist ne Tür, ich würd sagen Lauf Horst, Lauf Horst Lauf Horst Wo ist denn der Wollreiter? Guten Tag, ist hier jemand zu Hause? Er ist bitte keiner kommen, ich esse keiner, ich will nicht ersticken Hallo? Hallo? Was klebt die Scheiße am Zahnweiss? Oh nein, hoffentlich kommt nicht unser gewisser... Sunkesschüttler Vom letzten Part Weißt du noch? Die krieg ich ja auch noch Ja Ja Du hast nur den Dürren Boxer, kriegst du auch ab Okay, ich würde sagen... Get down! Hier riecht's aber nicht besonders toll Verkehrt Blasendruck Genau Nein, 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 nein Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Kaum sind ein paar Minütchen vergangen, geht schon wieder hier los. Ey, nee. Ich sag nur eins. Endlich hast du auch mal die Arschkarte gezogen. Ich hoffe nicht. Ihr seid jetzt von nur ne Leiche, dann zieck ich ihn aus. Es war nur ne Leiche, im Ernst. Irgendwie schon, weil irgendwie passiert nichts. Hallo? Du musst schon hoch. Du musst dich schon festhalten. Ansonsten kommst du nicht hoch. Ey, sag mal, du ziehst mich verarmt. Ja, komm nicht weit. Komm mal rechts. Wollen wir den Rechtsdägen hoch? Hallo? Der Leiter. Ja, ich sag dazu wieder nichts. Das ist ja mal sowas von bescheuert. Du kannst dich auch da... Ach, egal. Egal. So. Peter, Fetty, Lümmelmänner, Zoom-Kiss-Schüttler, ihr könnt alle kommen. Ihr könnt doch alle kommen. Ich hab nichts. Ich hab überhaupt keinen Schiss. Überhaupt nicht. Batterie? Batterie! Wend mal. Ach, ein Bulle. Äh, Nachtwächter. Das ist verschlossen. Stimmt. Ach stimmt, hier sind wir ja... Komm, ja. Und jetzt muss ich da... Hey Kumpel, was geht ab? Ich häng ab. Genau. Aber ganz schön. Wichser! Alter! In Ernst! Ernst! Halt's Maul, ey! Boah! Nee, lass mal noch die Tür ein bisschen auf, weil ich für den Fall bin. Das ist irgendwie... Boah! Fuck! Fuck! Entschuldigung. Du dämlicher Wichser! Wer auch immer das war! Fäßig! Kein anderen Wort, außer uns zum Selbstmord, im Ernst! Ja, genau! Ich hab auch vergessen! Ernsthaft! Jetzt hab ich ja Hunger mehr! Ernsthaft! Und hast du einen Notiz bekommen? Ernsthaft! Ja, ernsthaft. Scheiße! Hast du einen Notiz bekommen? Ach, stimmt, ja. Du, sieh, und zwar hab ich... Jetzt hab ich die Papi anguckt. Okay. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbart. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten... Scheiß auf diesen verdammten Ort! Ich werde alles ausstehen, um hier rauszukommen. Wirklich alles. Ich hab bloß Ingrid gesagt Leichenweg. Leichten Weg, Schatz. Also leicht. Leicht wie Feder und nicht Leiche wie... Tote eben. Ja. Ich mein halt den Leichten. Wie viel ja leichten. Ja, es wird aber bestimmt nicht leicht. Dieser Weg... ...wird kein leichter sein. Dieser Weg... ...wird steilig und schwer. Und... ...ja. Krank. Krank, ja. Und Psychohaft. Und Psychohaft. Ich warte nur drauf, dass irgendwann irgendwie fertig oder irgendwann kommt uns das von der... ...und wenn man halt auch irgendwie packt und irgendwo hinzieht. Genau. Oder gleich alle dann auch hier Sachen. Alle drei auf einmal. Genau. Plus Schüttelmann. Schüttelmann, genau. Da ist ja... Ein Berg. Da würde ich gern hochgehen, aber kann ich nicht. Ist hier jemand? Wie, da soll ich rüber? Ja. Das hab ich doch niemals. Los, du bist super, Ben. Los. Powersprung. Oh nein. Nein. Halt dich gefälligst fest. Wer? Wer? Du lässt los. Oder das Holz geht kaputt. Ja, super. Und schon sind wir wieder woanders. Richtig, der kann ich krachen. Perfekt, dann geht's gar nicht mehr. Hättest du den Brutto weglassen sollen. Und wo sind wir denn jetzt wieder? Bestimmt an einem tollen Ort. Der Schatten. Und hier sehen wir nichts, weil es wieder verdammt nochmal neblig ist. Eine Frau? Ist hier einfach eine... Ist hier eine Frau? Sag jetzt nicht, hier ist eine Frau. Das wäre die erste Frau in Outlast. Ich will dich haben! Wie gesagt, ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. La 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 la. Ein bisschen Spaß muss sein. Parcours. Und hier ist es so eng. Bestimmt nichts Gutes. Ich ahne schon hier. Ich hab hier noch aufessen. Ja, ist mal schneller hier. Ich warte jetzt nicht die ganze Zeit. Ich muss auch mal hier weiterkommen. Was reden die denn die ganze Zeit? Wie eine Scheiße. Okay, dann rausgehen. Fleisch? Fleisch? Mhm. Habt ihr? Habt ihr gehört? Habt ihr gehört? Und jetzt wieder ganz vorsichtig und friedlich wieder zurückgehen. Du musst vielleicht eigentlich durch den Spalt durch. Rechts, 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 Spalt. Ich ahne doch was, ich ahne was. Ich gucke nicht nach, ich gucke. Das klang schon ganz nah. Ich hoffe. Wo, wo, wo. Was zum Teufel geht hier? Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Säge essen, ich hab keine Zusticken. Ja. Ich würde jetzt hier auch lieber wirklich nichts essen. Das ist keine gute Idee. Zum Glück muss ich diese Scheiße gerade spielen. Wo, 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 wo. Das ist so ganz normal aus. Aber das ist aufgehangen. Okay, ich dachte, der würde da stehen. Ach du Scheiße. Was ist denn das? Können wir mich dann mit sitzen? Du bist wieder damit lesen? Ja. Weise Männer. Wieder drinne. Es ist fast so, als ich, ob ich immer tiefer rein gerate in den Scheiße. Je mehr ich versuche rauszukommen. Ja. Ja. Ich stehe bis zum Klinian Scheiße. Hm. Ich hab bestimmt so ein bisschen Hals. Ja. Tote sind keine Überraschung mehr. Selbstmörder scheinen eine weise Entscheidung zu sein. Hm. Ja, mich schon. Ja. Er hat den Selbstmord gewählt. Wirklich eine gute Entscheidung. Würde ich, glaub, irgendwann auch mal machen, wenn wir hier nicht rauskommen. Wer? Ich guck nach da. Ich guck nach da. Ich guck nach da. Oh. Was wäre denn? Ist das ein böser Mann? Sag jetzt nicht, es kommt noch einer. Oh, bitte nicht. Ey, wir haben doch schon genug neue. Oder wir haben doch schon genug Leute hier kennengelernt. Ein böser Mann. Wie meinen sie wohl? Ja, hoffentlich ist er auch. Das sind viele. Ja. Oh. Hä? Das ist ja mein Tüttchen. Fuck, ey. Ja, scheiße, wie komm ich jetzt hier? Halt die Fresse, Alter. Hä, wie komm ich denn jetzt hier? Oh, nichts? Ja, irgendwas. Nee. Dieser blöde Penner hier verrät uns hier noch. Ah, hier. Kurz nach, na? Das ist ja, das ist ja übelst, kein Spaß, ne? Nee, ohne Witz. Hallo? Das ist nicht mehr witzig. Du bist doch jetzt wirklich so blöd und... Was denn? Ist das falsch? Das war richtig, aber in die Storys sind das falsch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich weiß gar nicht mal, ob ich hier reingehen will. Oh Gott. Mach dich schon mal auf das Schlimmste gefasst. Was? Pisst du auf mich runter? Was? Oh, Verzeihung, dass ich auf dich runtergepisst hab. Ich musste halt mal ganz dringend. Was reden die da für... Ist ja vielleicht hoch irgendwie, links? Nö, irgendwie geht's nicht. Alter, was geht denn hier nur ab? Wo sind wir denn hier reingeragt? Das wird ja wirklich immer schlimmer und schlimmer. Und die sich auch irgendwie anhören, irgendwie so komisch. Ich würde sagen, bei euch ein bisschen. Ja. Es wird immer so weiter wie am Ende nachkommen, es wird immer creepiger. Mhm, irgendwie schon, es wird wirklich immer creepiger. Creepy, creepy. Creepy, creepy. Wie ist das denn hoch? Ja. Das wird schon beim Springen geräusch, im Ernst. Tja, er macht's. Irgendwie. Ich würde sagen, du musst wirklich die Kisten irgendwo. Ja, aber war ja irgendwie zur Seite. Guck. Ah, nee. Ach hier, auf die Kiste. Verstehe, auf dieser besonderen Kiste. Oh nein, wer, wer, wer? Der gerade liegst. Oh fuck. Oh fuck. Das. Nein, 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 nein. nein 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 guardra ja rüber man das ist wichtig du sitzt hier der Ficker also Schnauze deutlich producción sofort jaja f der einfach ن weiter Repp runter. Oh Gott. Ist das hier ne Schneiderei? Keine Ahnung, weiß ich was. Dann machen wir hier mal kurz, Bastian, erstmal... Du hast eine Absicht und ich... Nee, siehst du auf der Zeit, du kannst doch nur 15 Minuten. Ja, okay. Ich kann ja auch weitermachen, das ist deine Entscheidung. Nee, mach ich, ich hab's so gemacht. Ja, jetzt haben wir's auch so gemacht, jetzt wenden wir's auch so. Hoffentlich hat's euch gefallen, Daumen hoch geben, ein Abo da lassen und wir sind's im nächsten Part. Creepy, creepy, creepy.